Was ist das Schöne an einem Offiziersball? Der Offiziersball ist jener Ball in Österreich der beliebteste ist, würde ich sagen. 4.000 Menschen, die sich hier amüsieren, hoffentlich zumindest amüsieren. Und natürlich ist auch die Glanz der Montur ein Grund dafür, warum dieser Ball so beliebt ist. Er ist seit Jahren fixer Bestandteil der österreichischen Ballszene und wird sehr gern angenommen.